Ah nein, letztlich kommt noch einer von hinten, das ist so klar. Ja, das ist doch super, ganz gut. So, vergiftet. Ich scheiße, ihr habt ihr befreit, das gibt es doch nicht. Die schlau sind die. Hä? Was? Ich entschiede noch alle, ihr cheatet. Ich rufe, cheater. Ich rufe, speichern. Das wäre jetzt zu schade. So, vergiftet. Alle vergiftet. Äh, die soll hier, wir wollen dringend fallen. Dringend. Oh, sehr gut. Ja, das riecht dich auf, ne? Ich hab den schon im Kopf gesehen, verdammt. Den auch. Das kann nicht sein. Na, also. Bei dir war's ja klapp, bei der alten nicht. Na. Oh nein, die Kälte. Klappe. Nein, das kann nicht sein, dass ich jetzt wieder ein Kälte sterbe. Warte mal. Wenn ich das jetzt hier anzünde, sollte man eigentlich nicht alt sein, oder? Stimmt. Das bringt was. Okay, das ist gut zu wissen. Wo macht man nicht mal um die Klagerfeier? Oh. Zeio. Die da. Na toll, aber jetzt ist mir direkt wieder kalt, ey. Das ist so. Alles. Na, ich will mir noch nicht mal Heilung machen. Na, scheiße. Will ich mir jetzt hier in der Hütte was machen, oder was? Ich. Fällte sich das Schlimmste. Schnell. Nicht, dass ich die ganze Hütte fackle, aber ich hab doch keine Wahl, Mensch. Ich kann nicht nach außen. Oh, und Hunger hab ich auch noch. So. Also die zwei, die ich verschenkt, sind jetzt auch fake. Oder das Problem ist, solange irgendjemand von der Verstärkung dann am Ende entkommt, können die auch wieder Verstärkung. Also das ist jedenfalls wahrscheinlich, hab ich festgestellt. Die sind anscheinend sehr nachfragend. Alle. Die nehmen das alle persönlich. Mann. Die Leute sind auch ganz klar mit einem Pfeil im Kopf rum. Ihr guckt euch das mal an. Was ist das? Was stimmt mit der alten nicht? Wie viele Pfeile habe ich noch? Nee, steht da auch noch. Nur noch die zwei Frauen, ne? Die Männer sind schon tot. Nee, die ist jetzt auch tot. Ach, gut. Ach, gut. Ähm. 38, das geht immer noch. Wobei, warte mal. Ich hab doch... ...Eckenkirsche. Mensch. Ach so, ich brauch vier Stück davon. Na ja, gut. Immerhin. So, einmal. Ich wollte jetzt eigentlich, wie gesagt, die Aufnahme beenden, aber... ...nicht so lange da noch welche sind. Weil wenn wir dann das nächste Mal da starten, dann sind die halt auch da. Oh, nein. Oh Gott, ich will mich da rausfliegen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss das Lagefeuer aber nachher unbedingt wieder entfernen. Das geht ja so nicht. Oh. Oh, ich bin so vergiftet. Immer noch. Also noch mehr. Na, na. Komm ich da nicht ran? Oh, scheiße. Na. Oh, jetzt sind da doch wieder mehr. Mann. Kommt hier denn alle her? Kann so nicht weitergehen. Äh, nee. Äh, nee. Weg damit. Schon wieder. Ich will nur die Halle da wieder zurücksetzen. Ich komm nicht weg, scheiße. So, jetzt, jetzt, jetzt ist aber wirklich gut. So. Hier, Hilfe für deine Kollegen kommt zu spät. Tut mir leid. Noch, nee. Und schon sind die Knochenlusten wieder alle weg. Ey, es kann nicht sein. Oh Gott. Mach, scheiße. Okay. Warum trifft ihr jetzt nicht? Scheiße. Jetzt bin ich wirklich noch raus. Oh, mir geht's nicht wohl nicht so gut. Und jetzt noch weniger. So, bis jetzt auch. Ah, nee. Das war ein normaler Fall. Die Löwe einfach. Oh, erstmal schulden die Knochenlusten. Verdammt normal. Ich will diese Nacht hier niemals umgehen. Wir machen schon wieder keine Pfeile. Ey, runter, runter von meinem Garten, Junge. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe auch noch drei von euch gesehen. Das sind immer noch viel zu viele. So, wie wäre es, wenn du jetzt hier mal reintapst? Sehr schön, danke. So, Kopfschutz. Boah, ich kann hier noch so mal zu Knochen verarbeiten. Das ist ja auch dringend nötig. So, gut. Next, please. Jetzt kannst du nicht mehr entkommen hier, ne? Aus dem Gebiet. Das ist natürlich... Oh. Okay, kannst du doch. Danke. Ähm. Wobei, so ein ganz kleines Lagerfeuer scheint ja doch nicht so schlecht zu sein, weil anscheinend ist das Holz hier feuerresistent. Ich glaube, der Knochenkopf war am Ende doch überflüssig, weil wir verlieren immer und immer wieder unsere Rüstung. Ohnehin. Ich habe es ja gemacht, falls ihr mir Knochen finden, als wir zeigen können, aber ich glaube, dass wir die passieren. So, zwei neue. Gleich drei. Na gut. Hier ist das Lagerfeuer eh ausgebrannt. Okay. Ich habe schon wieder aufgenommen, das gibt es nicht. Das musst du fressen, Junge. Aber es ist gar nichts, was so passiert. Ja. Es ist immer noch finstere Nacht. Ich habe schon wieder eine Hase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ja. Ja, noch zwei sind dann auch schon wieder weg, ne? Es sind schon wieder zwei gekommen, das heißt, es werden wohl wieder welche Nachfragen zwei am Ende. Ja, genau, hier war ja noch, genau. Wie kann ich dann... Da. Ähm. Da habe ich sogar noch eine Knochenrüstung mehr. Und langsam sollte es doch wieder Tag werden, hoffe ich. Und so ist es auch. Wir haben die noch erlebt. Irgendwie. Ich werde gleich noch sprechen. Okay, wir haben die Knochenrüstung, das geht sogar. Aber leider kein bisschen Heilung noch getan. Na gut, das war dann auf jeden Fall erstmal die letzte Aufnahme-Session. Vor dem nächsten Together, ne? Ja. Und dann denke ich mal, ja, wird der Zaun noch erstmal fertig sein und dann werde ich mich schon mal um die Planung der Fallen kümmern, wo die hinkommen und so weiter. Und was genau für Fallen hier passieren, wo genau. Ja. Aber wie gesagt, der Zaun noch eine oberste Priorität, weil, ne? Man hat ja wieder gesehen. Es kommen ja immer noch genug, äh, wir haben ja immer noch genug Platz hier durchzukommen. Ansonsten. Ich glück' erstmal nicht. Ansonsten haben sie erstmal keine Chance. Wenn wir die Zaun erstmal komplett beschlossen haben. Ja, und dann mit den ganzen Fallen und so, dann sollten die umherschleichenden hier auch schnell besiegt werden. Ja. Aber bis es dann soweit ist, würde ich dann natürlich auch hier, wie man sagt, war's gut. Bis zum nächsten Mal.